. Sehr gut, wie er das gemacht hat. Noch mal ein Schwenk. Und... Tor! Ein Super-Tor! 26. Minute. Kokjewalds Planke. Das erlösende 1 zu 0 erzielt Andreas Krause. Die 33. Minute nach Steinbachs Eckball, Zimbulas Kopfball gegen der Kapitän Dirk Starrmann in die Spitze. Seine Eingabe geförderte Frank Windelmann über die Linie. Sehr schön gemacht von Lippmann. Und das ist das Tor des Tages von Pilz.